Ich hatte auf allen Sachen, die ich im Moment hatte, Seelen gebunden. Ey, MCX-Ped ist da! MCX-Ped ist da! Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Hero. Zusammen mit immer noch L.P. mit Kev, der auf der verzweifelten Suche nach Slimes ist. So ist es. Hallo, meine Lieben, seid herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und ich suche hier jetzt wirklich die ganze Zeit. Ich bin gerade auf dem Weg zu immer mehr Schiffen, weil ich die Elektrik-Essenzen haben will. Und da ist auch schon direkt das nächste. Das ist aber auch nicht so ein cooles Schiff, was ich gedacht habe. Du suchst diese ganz großen Schiffe, nicht? Ich suche diese Schiffe, wo es, ähm, ja genau, diese ganz, ganz großen halt. Wo ich so drauf gehen kann. Oh nein, verdammt. Ja, ähm, da musst du rumfliegen. Die erkennst du, wenn du direkt, die erkennst du eigentlich direkt, wenn du auf der Map sozusagen dran vorbeifliegst auch schon. Hier ist es auch einfach, nur eine Kiste ist hier drin, ne? Das war doch, warte, ich hab jetzt nochmal kurz überlegt. Das ist nix. Dieses Ding, wo wir drinnen waren, das war doch so eine, das war doch eine Gremlin-Festung, oder nicht? Ja. Und ich glaube, ich hab sie gefunden. Gott sei Dank, Alter. Bitte, bitte. Das müssen jetzt sticky Pisten sein, keine Pisten, sonst dreh ich irgendwie um den Hals um. Ding Dong, ich bin ja hier. Das wollen wir nicht. Oh, da ist noch so ein Pirat. Hallo, Kollege. So, wo, ich brauch Schiffe. Da ist so ein Turm. So, ich schau mal da so ein bisschen weiter. Oh ja, oh ja, oh ja. Nein. So normale Pistons. Oh ja, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das sind irgendwie sowas wie, Alter, das sind 30 Pistons oder so hier. Aber alles normale. Und ich will Pistons. Und hier ist es, komm, äh, ach, Pistons, jetzt will ich ja auch schon Pistons haben. Äh, ich will Schiffe, aber hier kommen einfach keine. Jetzt hab ich dich schon infiziert. Ich will Pistons. Du schreist aber echt ganz halt so, äh, Pistons, äh. Ach, Mann, oh. Ja, ist echt kacke. Voll doofe Depri-Folge hier. Komm, einfach nix, was wir wollen. Ja, aber wir haben uns vorher genommen, mehr Fragen von euch zu beantworten, denn Luca hat sich da Ende der letzten Folge bei mir beschwert, persönlich beschwert. Nee, nicht beschwert. Ich hab gesagt, wir müssen ein bisschen mehr auf Kommentare eingehen. Also ich find's kacke, ich zitiere, also ich find's absolut asozial von dir, Kevin, dass du wirklich immer vom Thema abschweifst und wir deswegen nicht so viele Fragen beantworten können. Ich hasse dich. Das war das Zitat. Deswegen sag ich jetzt nur, let the show beginn. Frage Nummer eins. Ich hab das gar nicht gesagt. Mara Herzchen schreibt, siehst du die Hero-Welt mittlerweile als virtuelles Zuhause? Das ist ne krasse Frage. Jetzt geh du mal zuerst drauf ein. Ich schweife mal wieder ab. Ich würd sagen, Gegenfrage. Ist Pokémon ein virtuelles Zuhause? Ja, die Sache ist halt, ne, ich würd's eigentlich gar nicht so sehen. Es ist halt wirklich einfach nur ein Spiel. Wenn man Spiel und Realität nicht mehr trennen kann, dann ist man irgendwie krank. oder süchtig oder keine Ahnung. Aber, ähm, für mich ist, äh, Hero weiterhin einfach nur ein Spiel mit Freunden. Das ist natürlich so, da hat der ein Haus, da hat der ein Haus. Manchmal ist der Zuhause, manchmal der, bla bla, die ist das. Äh, das ist natürlich schon mehr oder weniger so ne Art Zuhause. Ich nehm jetzt einfach auch mal Kohle mit. Hier ist grad zu viel. Ähm, aber ich würd's jetzt, ich würd jetzt nicht sagen, ja, Hero hier, mein zweites Zuhause hier, ne, zweite Wohnadresse, weil immer, da kann ich immer drauf, da sind immer meine Freunde und so auch. Nein, das ist immer noch ein Spiel. Alle meine Freunde, freu sich mit dir. Sonst würd ich einfach sagen, ne, einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Hallo. Ja, oder hast du es zu sagen? Also das Ding ist, virtuell ist Zuhause nein, man kann das natürlich schon trennen, ob das jetzt Zuhause ist oder halt nicht. Es ist schon ein Ort, in dem man sich aufhält, aber nein. Ja, es ist halt quasi wie so ein Ort, aber Zuhause würde ich es jetzt nicht nennen, es ist halt wirklich immer noch ein Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du kommst vom Feiern nach Hause, oh, ich chille jetzt in der Stadt, glaub. Ja, das ist so, ist es nicht. Leg mich hin und leg mich da schlafen. Oh, wie entspannend. Ja, genau. Sonst, was ist denn sonst noch so? Finde, voll die objektive Frage, blond oder brünett? Ey, du hast doch noch einen Hammer von mir. Ne, den hab ich nicht, den hab ich dir wiedergegeben. Ich hab drei Hammer erstellt und zwei Hammer verliehen. Meinst du, einer von den verliehenen Hammern ist jemals zurückgekommen? Also, ich hab dir auf jeden Fall den zurückgegeben, das schwör ich auf mein Leben, das ist sogar bei mir in einer Folge zu sehen. Den hab ich dir vor deiner Tür geschmissen, ich sagst du deinen Hammer und du so, jo, den hab ich. den hab ich, den hab ich, aber wie sagt die anderen, die haben meinen Hammer nicht zurückgegeben und jetzt kann ich an meiner Slime-Farm nicht weiterbauen. Kannst du aber in die Kommentare fragen, ob eventuell die Zuschauer wissen, an wen du es verliehen hast? Ja, einmal glaub ich an die Bietern, einmal so an Schaffel oder Zander oder irgendwie so. So oder so. Oh, also ich hab nix davon eigentlich. Hm. Hm, verrückt. Oh Mann, hier sind so viele Mobster. Ich krieg ja echt die Krise. Mit die ganze böse Monster hier. Oh, das Nobby fällt einfach runter. So, nächste Frage, damit wir dem Pensium gerecht werden, würde ich sagen. Achso, ja, ich bin sofort wieder da. So, hier kurz einmal abbauen. Zack, 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 so, tschüss. Ähm, die nächste Frage, was habt ihr euch als Kind immer gewünscht, aber nie bekommen? Ähm, ich hab mir als Kind immer nen zweiten Game Boy, nen zweiten PC, ne zweite Konsole gewünscht, weil ich hab einen Zwillingensbruder und wir hatten noch so lange ein einzelnes Zimmer und da war das immer so, dass wir uns abwechseln mussten. Und das ging mir, bis ich mir dann irgendwann nen eigenen PC gekauft habe, so dermaßen auf die Eier. Dann, oh Mann, der macht hier oben immer schon seine Kisten kaputt, der böse, blöde Jan. Du musst hochfliegen und den mit Knockback runter schrauben. Ich hab ja kein elektrisch Essenzen, ne? Das ist ja die Sache, deswegen bin ich ja gerade auf elektrisch Essenzen Tour. Aber im Tour? Naja, da bin ich gerade einfach so mal aus Jux und Laune reingegangen. Die hab ich sogar an. Also, ich weiß nicht, also, ich werd hier nichts finden, glaub ich, das ist richtig komisch. Bei mir ist auch so gerade, ne? Ich find einfach keine Schiffe, ich bin mitten auf dem Meer und finde keine Schiffe. Geh ich ein Edi. Mir wurde nicht der Tipp gegeben, Kev in Festungen, sondern mir wurde auch noch der Tipp gegeben, Kev in diesen, ähm, da in Zwischendimensionen, die gibt's ja. In diesen Zwischendimensionen ist es so, dass dort sind ja manchmal so Fallen aufgebaut. Weißt du? Ja. Und dort werden auch viele Pistons verarbeitet. Jetzt bin ich gespannt. Boah, wenn man sich mal meinen Weg hier anguckt, na, ich bin ja auf dem Ozean und bin ja einfach die ganze Zeit nur im Kreil, lauf hier nur rum und bin einfach auf der Suche nach Schiffen und ich finde einfach keine. Mann, dreck mich das auf hier wieder. Aber wir haben ja eine Frage, was würdest du alles für 200 Euro machen? Die Frage an sich ist ja immer ein bisschen komisch, aber, äh, ich würd eher fragen, was, äh, irgendwas sagen und dann für wie viel Geld würdet ihr das? Machen. Zum Beispiel, ja, okay, okay. Alter, hab ich einen Ständer. In dieser Dimension sind tatsächlich die Pistons. Abbauen. Oh, und auch noch nicht wenig. Selbst die Pistons abkassiert. Das ist aber nicht viel, oder? Natürlich. Wie viel Slimes sind das? Das sind sechs Slime-Bälle. Ist das viel? Ey, dafür, für sechs Slime-Bälle, hab, oh, für sechs Slime-Bälle hab ich teilweise schon zwei Stunden gefarmt. Das ist richtig viel. Ja, man, ich hab ein riesiges Schiff gefunden, Kev. Ja, man. Ich hab ein richtig riesiges Schiff gefunden, Kev. Ich freu mich für dich, Alter. Ich bin auch grad so über-happy. Die Scheiße ist nur, oh, bin ich ein Depp, Alter? Ich habe keine Scroll-of-Escape mitgebracht. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich mich zurückporten kann. Ja, du hast keinen Spiegel dabei? Natürlich nicht. Die Spiegel benutze ich nicht. Aber ich hab ja eigentlich überall meine Portale, deswegen, okay, ich muss nur noch so einen weiteren Raum finden, und ich muss mich hier schnell fortbewegen, denn, oh, jetzt seh ich's schon. Wenn nämlich so Monster einen angucken, dann kriegt man so Enderman-Partikel um sich rum. Und wenn man die um sich rum kriegt, dann, fuck, das mein ich. Bist du tot? Bist du tot? Bist du tot? Bitte nicht. Ich sterbe, ja, ich sterbe. Als ob. Alter, kann ich dich irgendwie retten? Ohohohoho. Ohohoho. Ohoho. Kev tut mir leid. Ja. Ey, nein. Kev, kann ich dir irgendwie helfen? Ey. Dude, kann ich dir irgendwie helfen? Oh, fuck. Ich bin ja, ich hab auf Respawn gedrückt, aber automatisch. Und ich hab mich jetzt ausgelockt. Das Ding ist, ich hab grad aus Versehen Respawn gedrückt, und ich bin in der Zwischendeltispawn. Das heißt, ich hänge jetzt nonstop in der Zwischendimension. Boah, Digga, ich hatte grad ein halbes Herz. Boah, stell dir mal vor, ich wär auch gestorben. Oha. Ich guck so auf meine Lebensanzeige, auf einmal halbes Herz. Ich so, wow. Ja, das Problem ist, heute ist, darf ich jetzt kein Hero streamen, oder was? Oha, das ist ne gute Frage, ey. Ich bin ja jetzt gestorben. Eigentlich sogar nicht, glaub ich. Ich weiß es nicht, frag lieber mal, äh, noch mal ne Konfi nach. Das Ding ist einfach nur, ich werde niemals wieder respawnen können. Weil ich hab ja grad respawned, und ich bin in der Dimension respawned, in der man wieder stirbt, weißt du? Das heißt, jedes Mal, wenn ich respawned, falle ich da hin und her. Aber ich kann dich jetzt auch nicht retten, oder so, ne? Weil ich ja im Nichts bin. Oh, kacke, Alter. Alles verloren. Ich hab auch zwischenzeitlich gesehen, mein Inventar war leer. Oh, fick die Ziege, Alter. Fick die Ziege! Oha, ey, du tust mir richtig leid. Vor allem so grad sticky Dings gefunden. Normalerweise sind da noch diese schwarzen, unsichtbaren Blöcke, auf denen man stehen kann. Ey, vor allem ist alles weg, ne? Alles. Weil ich bin ja in der Zwischendimension gestorben, und ich glaube, dort ist ein Bug. Alles, was auf Seel gebunden ist, ist automatisch weg. Mein Inventar war grad leer. Oha, Alter, das ist richtig ärgerlich, ey. Ich spawne ja jetzt ganze Zeit in der Zwischendimension. Was ist da los? Ey, ey, ja, was soll ich jetzt machen? Du musst in der Konfi nachfragen. Ja, frag am besten mal nach, ob du streamen kannst oder nicht. Ja, eigentlich. Ob der da schon ab wird. Ich weiß es nicht. Eigentlich laut Regelwerk nicht. Aber das Streams jetzt ja davon, außerhalb ist ja noch ein weiterer Paragraf, ne? Ich weiß nicht. Ich stream ja eigentlich nie. Boah, scheiße, Alter, das ist echt mega kacke jetzt für dich. Wow, aber da kommt noch einer. Ey, die lassen aber auch keine elektrischen Essenzen hier fallen, ne? Einfach nix. Nur hier diese anderen kacke-Essenzen alle. Und die ganzen Türen sind irgendwie draußen. Das war dumm hoch zehn. Ich hätte nicht so gierig sein sollen. Sechs Pistons. Das sind 24 Schuss. Drei Schuss von dieser Waffe haben dich fast getötet. Alter, ich habe einfach mal einen Thief-Rüstung-Kopf gefunden. Ey, ich habe in dieser Zeit so viel Munition gefunden, dass ich hätte sechs Spieler töten können. Direkt. Und ich falle runter. Zu gierig. Kläffe. Ja, musst du dir fürs nächste Mal mal merken, ne? Ja, das Ding ist, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil ich bin ja, wie gesagt, wirklich respawnt. Und weil ich in einer Zwischendimension bin, stand gerade im Chat, your Homebed is missing. Was aber nicht stimmt, weil mein Homebed ja ganz normal ist. Zuhause. Das heißt, er erkennt, du bist jetzt quasi nicht zuhause gespawnt, als du da auf respawn gedrückt hast. Ich habe auf respawn gedrückt und ich war dann genau an der Stelle, wo ich gestorben bin und falle runter und sterbe direkt wieder, wenn ich respawne. Alter, ist das scheiße. Und das wird die ganze Zeit sein, weil er mein Homebed nicht anerkennt. Und was machst du jetzt? Keine Ahnung, ich muss denen schreiben, dass die entweder, es gibt zwei Optionen, dass ich mir Game Mode geben kann und rausfliegen kann. Zweite Option ist, die Resetten meinen Charakter. Das heißt, dann ist 100%ig alles, was ich im Inventar hatte, weg. Weil dann würde ich wieder sozusagen, wie als wenn ich neu auf dem Server würde in der Friedensstadt und dann mit spawnen. Die Resetten deinen Charakter, Alter, das stimmt, das könnte ja auch gehen. Also ich bin hier gerade immer noch auf dem Piratenboot und hier sind so viele Piraten, das ist mega geil, weil hier einfach richtig viel XP jetzt gerade rumfliegt und alles und das macht gerade richtig fun hier. Nur ich habe halt noch gar keine Electric Essence, oder? Ne, noch gar keine, aber ich habe einen Hexikal-Diamond. Ich habe einen Thief-Kopf gefunden von einer Thief-Rüstung, Alter. Junge, das ist krass, einfach mal so ein Thief-Rüstungskopf. Achso, du bist jetzt wahrscheinlich gerade in der Konfi am Schreiben, ne? Ich schreibe gerade, ich schreibe gerade, bin in der Zwischendimension gestorben, das ist ein kleiner Bug. Er sagt mir, ich habe kein Bett mehr, was nicht stimmen kann und ich habe aus Versehen auf Respawn gedrückt und als ich es realisiert habe, habe ich mich ausgeloggt. Das Ding ist, ich bin jetzt in der Zwischendimension gefangen und werde die ganze Zeit sterben, sobald ich mich auf Respawn drücke. Was soll ich tun? Boah, das ist echt eine Scheiß-Situation jetzt gerade für dich. Vor allem, ich hoffe mal, dass das mit dem Streamland klappt. Bei mir ist gerade echt einfach nur Gekämpfe hier mit den ganzen Mobs so. Boah, 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 ah doch, ja, okay. MC-Expert joint. Boah, ich drehe gleich durch, Alter. MC-Expert ist gerade gejoint. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Sobald, ich habe ja gesehen, wie viele Herzen ich noch hatte. Sobald ich jetzt mich in der übernächsten, am übernächsten Tag respawne beispielsweise, bin ich an einer Sekunde down. Folge zu Ende. Scheiße, Alter, ich kann dem jetzt nicht schreiben. Ich bin ja gerade mitten im Kampf hier. Junge, scheiße, ich bin verlangsamt. Junge, diese Pirate-Captains, die sind ja immer mega krass. Die haben ja immer mega viel Leben. Ja, ja. Vor allem die porten sich ja. Okay, Leute, ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Schaut auf jeden Fall beim Streamen vorbei, falls es was wird. Ansonsten müsst ihr jetzt bei Luca vorbeischauen, also ConCrafter. Junge, nein, ich glaube, ich sterbe gerade nämlich auch, Kev. Kann Tim mich eigentlich wieder beleben? Ja, Junge, hier sind mega viele. Ich habe richtig Angst gerade. Hier sind so vier Pirate-Captains und ich habe allen erst die Hälfte abgezogen. Geben mir mal ein paar Tipps bitte eben. Ich habe keinen Electric Stuff, Junge. Alle außer ein Pirate-Captain sind One-Hit. Nur ein Pirate-Captain ist das Original. Die anderen sind Spiegelbilder, die den gleichen Damage machen. Das heißt, du musst alle schlagen, alle verschwinden dann bis auf einen und dann kannst du, reduzierst du den Damage. Junge, scheiße, 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 ich habe richtig Angst gerade. Fuck, Mann. Können die sich mir hinterher porten irgendwie? Ja. Die porten sich hinter dich her. Junge, ich muss irgendwie was essen, aber die sind alle direkt hinter mir. Es bringt dir nichts, wenn du dich einbohrst. Die porten sich in deine Hülle rein und töten dich. Das bin ich auch schon mal gestorben. Ich darf gerade erst mal vor denen weg. Oh, da ist einer. Oh, jetzt wurde ich doch wieder geschlagen. Scheiße. Mann, hätte ich jetzt irgendwie dann... Achso, hast du deine Folge schon beendet? Nee. Genau, wollte ich ja sagen. Wie gesagt, schau beim Stream vorbei, da werdet ihr sehen, ob es geht. Ansonsten müsst ihr jetzt bei Luca vorbeischauen. Da seht ihr dann den Rest der ganzen Folge. Also, bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Hilfe! Ciao, ciao. Du bleibst aber noch eben vier Minuten hier online, oder? Ja, ja, klar. Okay, gut. Gib mir mal Tipps hier. Ja, wie gesagt, alle von diesen Pirate Kings sind Spiegelbilder, außer einer. Ich habe auch so einen Ninja-Dagger gefunden, der auch von mir Spiegelbilder erzeugt. Das heißt, ja. Oh, er hat nur noch 13 Leben, das sollte ich ja wohl eben schaffen. Okay, die sind tot, die sind tot. Ich habe jetzt einen Ninja-Dagger. Wuhu! Yay, wuhu! Klasse, yay! Mann, keiner schreibt in der Konfi. Wie kann ich mit dem Ninja-Dagger denn Spiegelbilder erzeugen? Ähm, hast du Ninja-Dagger oder Captain Blablabla irgendwas, Dagger? Ninja-Dagger. Ja, dann musst du Schiff drücken und rechts zieh, das ist der zum Porten. Wo ist jetzt mein Spiegelbild? Ja, nein, du hast nicht das, er kann zwei verschiedene Sachen droppen. Dieser Spiegelbild-Dagger, der ist so dermaßen selten, dass, glaube ich, nur ich den auf dem Server habe. Und du hast jetzt einen Ninja-Dagger, mit dem du dich so porten kannst, durch Wände. Achso. Wenn du Schiff machst und rechts klickst, dann portest du dich halt so rum. Achso. Das ist richtig gut, das benutze ich die ganze Zeit, das Teil. Das kannst du auch mit Haltbarkeit verzaubern, dann hält das fast unendlich. Oh, hi, das ist echt geil. Oh, man, ich ziehe mir jetzt meine Folge rein, ich ziehe mir jetzt meine Folge rein und... Ja, guckst du dir erst mal an hier wieder. Ich muss sehen, ob ich wirklich meine Sachen im Inventar hatte am Ende. Guckst du dir einfach wieder seine Folge an hier. Da haben wir hier noch drin, Life Ascent Wind Arrow, den nehme ich auch einfach mal mit. Da haben wir hier noch, Living Metal Diamond, oh, ein Electric Stuff liegt ja einfach drin, oh, das ist ja gut. Äh, Golden Feder, oh, nee, nö. Haben wir hier noch, äh, Aluminium, ähm, Stuff, ist auch ganz okay. Äh, ja, du, I of Ender, ja, komm, 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 Ach, scheiße, ich glaube, ich habe recht, Alter. Ehrlich? Warte, warte, ich sehe jetzt gerade, das ist die Stelle, wo ich runtergefallen bin. Oh, ich bin auch ein Depp. Ich bin so ein Depp, Alter, ey. Genau hier. Ich hatte schon alles, was ich brauche. So, ich porte mich jetzt wieder zurück. Ich hoffe mal, das klappt, weil sonst bin ich ganz schön am Arsch. Bin am Arsch, ey. So, äh, Stadt, Blau. Ohne Witz, ich habe mich dann auf ein Bett gedreht, das sehe ich hier gerade. Dann habe ich, wir haben im PC, guck mal, außen direkt auf Respawn gedrückt, so gar nicht überlegt. Warte. Kommt gleich. Hallo Choki. Ohne Witz, das ist ein Dermaßen Bug. Ich hatte auf allen Sachen, die ich im Inventar hatte, Seelen gebunden. MC Expert ist da. MC Expert ist da. Bei dir? Junge, ja, ich save kurz meine Sachen, Alter. Kein Bock auf so eine Kacke jetzt. Jetzt werde ich hier von dem nicht abgeschlaftet. Einfach einbauen, da darfst du nicht reinporten bei dir. Scheiße. Kacke, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der mich tötet. Warte, mit dem Ninja Dagger in meinem Haus, das ist sicher. Ich bin schon tot. Der kam einfach von hinten an und jetzt konnte ich meine Sachen. Ich glaube aber, ich habe alles gesaved. Der bringt nicht mal meinen Grabstein zurück. Asozial. Der bringt nicht mal meinen Grabstein zurück. Der bringt nicht mal meinen Grabstein zurück. Der bringt nicht mal meinen Grabstein zurück. Tim. Bring wenigstens. Aber es ist gut, dass ich die Sachen gesaved habe, die ich alle bekommen habe. Meinen Grabstein. Ah. Okay, danke. Oh mein Gott, ich schaue gerade in der Folge bei mir. Ist wirklich so. Ich bin respawned und alles, was ich hatte, ist weg. Auch einfach seelengebunden war oder nicht, es ist weg. Ich habe nichts mehr. Nichts. Alter, das ist echt scheiße. Auch keine Rüstung mehr und so? Nee, nichts. Also keine Items, keine Rüstung, kein Inventar mehr und ich spawne in der Zwischenwelt, wo ich kein Bett mehr habe und die ganze Zeit sterbe jetzt. Ey, sind meine Level weg? Natürlich, wenn du sterbst, sind die weg. Nein, ich hatte 50. Och, man. Ich warte jetzt nur darauf, dass er mir eben schreibt, dass ich wieder drauf kann. Dann kann ich eben kurz drauf und mich in mein Bett legen. Nein, scheiße, wo spawne ich denn jetzt? Auch wenn ich da hinten, ja, auch wenn ich in der Mitte spawne. Tim, mach schneller. Mann, du lebst mich wieder. Kannst respawnen, okay. Danke. Konnte nicht kämpfen, war noch total gehittet. vom Schiff. Jetzt bedanke ich mich auch noch, dass er mich getötet hat, ey. Ja gut, ich gehe jetzt eben zurück in mein Haus und... Ich habe jetzt nochmal in die Konfigur geschrieben, so wie es aussieht, gibt es zwei Optionen, kompletter Char-Reset, ist sowieso jetzt egal, weil ich sowieso nichts mehr habe auf dem Char, dann können die den auch komplett resetten in der Datei oder die geben mir kurz OP, sodass ich mich kurz rausporten kann aus der Dimension und wegen Stream weiß ich halt nicht. Ja gut, ich laufe eben schnell zurück zu meinem Haus und muss jetzt gerade ein bisschen überziehen. Das ist ein Schock, Alter. Ich hoffe nur, der tötet mich jetzt nicht nochmal. Aber das wird er wohl kaum machen, ich meine, ich habe ja nichts an und so. Wer weiß. Ey, ist dir klar, dass alles, wofür ich die letzten Folgen gefarmt habe, mein Revolver war natürlich im Inventar, hatte Seelen gebunden drauf, war aber im Inventar. Alles. Ich habe nichts. Nichts. Auch keine, ja okay, Schwert ist eigentlich das geringste Problem. Ja, das ist, ich habe auch noch eine vollständige Rüstung, aber dieser Revolver, das hat 100 Folgen gedauert, den zu farmen. deine Rüstung ist weg, ne? Ja, ich habe ja noch eine Ziefrüstung, die ich von Tim hatte, als ich ihn getötet hatte. Ja, hier ist es nicht mehr drin. Ich habe auch genug Caliszenzen und so. Das Schlimme ist einfach nur der Revolver, weil das drei Rawdrops sind. Das ist echt kacke. Naja, Leute, ich würde sagen, ich muss auch jetzt mal weg, weil ich bin hier schon über 23 Minuten. Ich habe das nur kurz eben gemacht, damit ich noch eben wiederbelebt werden kann. War ein bisschen kacke, dass ich jetzt noch am Ende getötet wurde und jetzt morgen keine Folge kommen kann. Aber so ist das Leben, ne? Meine lieben Freunde, da muss man sich mit abfinden. Ich wollte jetzt auch nicht wirklich gegen Tim noch kämpfen, weil ich wusste, dass es keine Chance hat. Da habe ich jetzt lieber meinen Rucksack gesaved, wo alle möglichen Sachen drin waren. Ich werde dann irgendwann mit Tim die Tage aufnehmen und dann werden wir nochmal kämpfen. Und sonst würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, guckt euch Kevs Folge an, weil er gestorben ist. Und sonst würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.